hast. Naja. Dann machen wir das eben. Wumms hat's gemacht. Aber mal eben. Links und rechts in der Wecke verfahrt. Und jetzt du. Die kloppen sich gegen Gelee, okay. So. Wir zeigen kein Problem. Machen wir die Zweihandangst. Und Schlesikowski. Ja, man träumt sich jetzt auch irgendwie nicht, jetzt diese zu fusionieren. Aber mal gucken. Aber der hat jetzt aber lange Ding. Nehmen wir mal hier. Nehmen wir hier sowas hier. Aua, aua. Da habe ich draufstehen. Der ist umgeflogen. Super. Wusste, dass dieser, wusste ja nicht, dass der Wirbelhieb eigentlich auch schon verfügbar ist. Aber um so besser. Ist ja cool. cool, cool, cool. Die Truh nehmen wir natürlich mit. Aber selbstverständlich nehmen wir sie mit, Mama. Alpha Krier-Klingel. Die nehmen wir natürlich mit hier. Gute Sache. Jetzt müssen wir durch die Höhle, ja. Na gut. Entdeckt. Achso. Höhle am See. Höhle am See. Ganz viele Leute. Nicht mit mir hier mit wollen. Aha. Ach ja. Die sind auch gepflegt. Die kann man dann wahrscheinlich, äh, so wie ich jetzt mitgekriegt habe, fusionieren. Und die verfolgen dann einen. Glauben wir. Ne, kann ich nicht. Ne, ne, ne. Der lastet. Die können wir dann erst später verkloppen. Hey, Junge, was bist du denn? Das ist für ein Oschi hier. Riesenleuchtsam. Okay. Aber ich glaube, ich weiß, was hier gewollt ist. Warte mal. Ähm. Ähm. Mal ein Feuerfall draus machen. Ah. Das war denn so ein Häschen. Okay. Mayui-Signum. Dieser schwachblauen Schneemann-Gegenstein hat die mysteriöse Höhlenkriege Mayui hinterlassen. Sein Anblick verleitet dazu mehr davon zusammen. Okay. So ein Collectible. Gut. Gut. Müssen wir erst mal gucken hier. Alte Tora. Hey. Hör mal. Jetzt haben wir langsam mal hier was zusammen hier. Kann man das nicht irgendwie zerstören? Kann man. Dann würde ich jetzt, äh. Ich muss mich dran. Ich muss mich erst mal dran gewöhnen hier. An die Geschichte hier. Hm. Über die Brummskeule hier. Und dann. Kloppen wir das mal um. Aber ich glaube eher weniger. Dass wir das zerkloppen können, oder? Doch. Jetzt. Ah. Die Hutten hatten rote Nieder. Feuerstein. Okay. Dann gehen wir gleich mal zum Anfang und bauen das auch gleich ab. Alle gleich mitnehmen hier. Alles Loot. Loot war verbrochen. Steinsalz. Geil. Hier nochmal. Hier nochmal ein bisschen wat. Und raus. Sonst werden wir wieder raus. Rao sitzt hier. Zuerst erschufen wir die Dienerkonstrukte. Danach folgten andere Konstruktmodelle. Ein, die jedes auf seine Aufgabe spezialisiert. Kochkonstrukte, Handwerker. Weit gingen die verschiedensten Spezialitäten ihrer Tätigkeit nach. Einige von ihr erlernten größeres Wissen als wir selbst. So wurden unsere Geschöpfer zu unseren Lehrmeistern. Du sollst es sich nicht scheuen, sie anzusprechen. Ich bin sicher, dass auch du einiges von ihnen erfahren kannst. Kein einziges Zerflöße, mit dem man das andere Ufer erreicht, ist mehr intakt. Der ganze Transportbetrieb muss ruhen. Eigentlich werden wir hier Materialien ans andere Ufer transportiert. Das einzig Gute ist, dass zumindest die Sonarbauteile noch unversehrt sind. Ah, du bist nicht vertraut mit Sonarbauteilen. Sie sind hier bei uns unverzichtbar im Alltag. Lass mir dir alles genau erläutern. Ein grünes Objekt wie dies ist ein Sonarbauteil. Dieses hier etwa nennt man in genau einen Ventilator. Versetzt man ihm einen Hieb, beginnt es, Wind zu erzeugen. Vielfältig und vorteilhaft. Es gibt etliche verschiedene Sonarbauteile, die allerlei unterschiedlichen Zwecken dienen. Der Einsatz von Sonarbauteilen erfordert gewisse Mengen Energie. Der benötigt du eine Batterie. Du hast bereits eine, das freut mich. Lass mich die Sicherheit trotzdem rasch erläutern. In Batterien steckt die Nöte die Energie, um Sonarbauteile nutzen zu können. Wird gerade kein Sonarbauteil genutzt, so führen sie sich ganz von selbst wieder mit neuer Energie. Nutze sie zu nur nichts allzu bedacht, sonst geht dem mit neuer Gebrauch die Energie aus. Verzeihet die Abschweifelung kurz und knapp, steht weiter fest alle, dass wir ein Fluss benötigen. Sonarbauteile sind ausgesprochen praktisch. Sei kreativ, du hörst du den Umgang mit ihnen nur. Okay. Hier will man also, dass wir was zusammenbauen. Was ist hier drüben? Nein! Das müssen wir erst mal richtig zusammenbauen hier. Warte mal. So. Komm ich nicht weiter runter? Achso, eigentlich wollte ich ja nicht das verbinden, sondern wollte eigentlich... Ja, was wollte ich eigentlich? Ich wollte eigentlich darunter. Hm. Aber ob das jetzt so sinnvoll ist? Den snap mal ab, den Jungen. Ach, so ein Typ ist das, will er. Warte mal. Okay. Ich hab keine Pfeile mehr. Auch nicht schlecht. Äh. Äh. So. Quatsch. 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 So, dann komm mal hier hin. Problem ist der Typ da oben. Der Typ da oben. Der Typ da oben, der nervt. Oh, Junge Der hat ja auch ein Schwert und eine Keule in der Hand Hast du das gesehen? Hilfe Ich weiß, wie kommt man denn da hoch? Fragen über Fragen Schleichen wir uns am besten mal an Jawoll Richtig gut Aber sowas von gut Den nehmen wir mit Die Nummer ist so weit schon mit So, jetzt müssen wir was bewegen hier Achso, ups Komm da nicht ran Da komm ich ohne ran So Folgende Sache Wie kommen wir jetzt da oben ran? Da hätten wir doch bestimmt Jetzt Ich glaube wir müssen jetzt mit den Plattformen agieren Klettere mal jetzt auf die Wurzel jetzt da hoch Wofür nennt der Orian schon knappe Ja, nicht knapp Aber ist er auch ganz schön Ha So, den Rest schaffen wir ja so, ne? Jo Ich krieg den nicht gegriffen Hä? So, das so So, das so Na, mach mal denn zu Jetzt so Na gut Dann muss ich weiter höher Ja, toll Mal hier hoch So So. Oh, Bernstein. So, jetzt müssen wir... Gehen wir einfach die Wurzeln hoch, würde ich sagen. Lass uns die Wurzeln hoch, Wurzeln. Ja? Und hoch. Super. Dann sind wir doch hier. Und der Rest ist ja eigentlich jetzt nur noch ein Katzensprung. Jetzt muss ich mich aber wundern, warum... Und wie kriegen wir jetzt... So eine Ausrüstung her. Aber ich glaube, das... Wird, glaube ich, demnächst jetzt beantwortet. Das war ein bisschen zu viel. Hab's selber gemerkt. So. Die müssen wir jetzt natürlich... Will er verbinden. So. Machen wir das mal so. Na, mehrere von denen. Die Flüße sind schwer beschädigt. Achso. Äh. Sagt er? Und er? Mhm. Und er? Okay, okay. Ja, gut. Sagen im Prinzip alles dasselbe. Ich mach mal daraus jetzt noch einen vierten daran. Müssen wir es mal so machen, glaube ich. Ich hab keine Ahnung. Was ist das denn? Achso, ist nur Deko. Das ist nur Deko. Die Frage ist jetzt... Brauch ich da jetzt noch irgendwas? Aua. Okay. Wollte ich den nochmal an hier. Hm. Huch. Alter. Mein lieber Herr, ihr Sangsverein. Linky Boy, du machst dich ja schon strafbarer. Was ist denn einfach... Jetzt meine blöde Freiheit. Wenn ich den jetzt hier einfach mitnehme. Gut, das funktioniert natürlich nicht. Erstmal. Weg den jetzt in der Strömung. Sätze. So. Bleibt das auch so? Ja. So, dann machen wir das so. Dann bauen wir uns eine schöne Brücke. Heißt aber hoch. Fällt mir gerade ein, dass wir die Dinger hier hinten auch noch mitnehmen müssen. Hoch. Na. Dann nehmen wir den hier auch gleich mit. Ja. Ach. Ach. So. So. Hey, hey. Nee. So. Nehmen wir den auch gleich. Huch. Erstmal ein Baum gefällt hier damit. Ich finde es cool, dass es da mehrere Lösungen dafür gibt. Ach. So sollte es natürlich nicht sein. So. Dann ziehen wir den hier runter. Gut. Und den Rest könnten wir doch eigentlich theoretisch schwimmen. Weil der müsste ja eigentlich von der Ausdauer her hier reichen. Oder nicht. Wobei der Durchherrn schon knapp ist, muss ich sagen. Hilfe. Nee. Okay. Okay. Sag ich nur. Den machen wir nicht anders. Erstmal auf. Den nehmen wir jetzt eine Welle hoch. Achso. Der war verbunden. Ja. 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 So. Dann gucken wir mal, ob das jetzt vom Abstand her hinhaut. Wenn nicht, dann müssen wir jetzt halt neu innehmen hier. Ja. Ja. Könnte ich noch. So. Ja. Und das müsst ihr ja hinhauen. Genau. Perfekt. Oh, du bist in der Richtung unterwegs. Und das zu der Stunde. Dieses Bergfahrt ist euch das unwechsam. Bewege dich dicht so, wie das Torrent von dir verlangt. Ich habe ein Leitfaden zum Bewertigen dieses Bergfahrtssaison. Ja. Feuer ist nach zu unerlässlich zum Rützigen ist was. Okay. Feuersteine brauchen wir. Ja. Bündelholz. Okay. Alles klar. Wir brauchen also Holz, Holz, Holzi, Holz. So. Achso. Ähm. Materialien. Und Feuersteiner. Und Feuersteiner. Warte mal bis morgens. Schlafe mal eine Runde. Gute Sache, gute Sache. Wo sind wir denn hier? Jetzt wird es langsam kühler, ne? Kann das sein? Hm. Ja, es geht jetzt langsam in die Richtung, dass es kühler wird hier. Hier gibt es Luren. Ganz viele Luren. Die sind Gegner. Da schleiche ich mich immer am besten ran bei ihnen. Okay, der hat mich gesehen. Ach, der ist hier hinter mir, das wusste ich auch nicht. So, dann haben wir schon mal innen weg. Hm. Alter, die machen ein Damage, Junge. Die machen ein perfekten Damage. Ich würde jetzt einfach mal sagen, speichern wir mal die Sache. Und dann würde ich jetzt einfach mal bis zur nächsten Aufnahme warten. Im nächsten Stream. Weil, ja, so langsam ist genug für mich. Ich bedanke mich für's Zuschauen und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Wir sehen uns. Macht's gut. Bis dennne. Und ciao.